Was ist das, was wir tun? Man muss sich auch Sachen anhören. Niemand von uns ist allwissend. Wir lernen alle. Alle. Wirklich alle. Auch die, die denken, die sind super allwissend in Sachen Hip-Hop. Man kann viel wissen, aber keiner von uns weiß alles. Deswegen der Austausch muss immer am Leben sein. Und beim Austausch geht es auch gar nicht immer niedriger. Und wenn eine junge Person, die 15 ist, zu mir kommt und mehr weiß, höre ich mir das gerne an. Wenn ich merke, aha, die Person, die sagt Dinge, die sehr interessant sind, höre ich mir das an. Man kann von jedem lernen. Man kann von jedem lernen. Nicht nur denken, okay, ich bin ein Mann und alle anderen. Und noch ein Problem, was ich ansprechen wollte, was ich denke, was ein Problem ist, in Deutschland oder sowohl auch in anderen Ländern ist. Aber ich rede jetzt erstmal von Deutschland, weil in Deutschland weiß ich hundertprozentig, was abgeht. Ich lebe hier, ich sehe es. Ich bin mitten drin. Das Problem, was ich sehe, ist, dass Leute aus Deutschland nicht geschätzt werden. Es gibt genug gute deutsche Tänzer, die nicht geschätzt werden. Vor allem, wer von euch Newschoolern kann mir 20 Leute, Pioniere der Tanzszene, egal ob sie regional ist oder deutschlandweit, aufzählen. Wer kennt denn noch die alte Generation von den, die tragenden Säulen des deutschen Hip-Hop oder B-Boy oder an sich Streetdance-Arten, meine ich. Wenn ich Hip-Hop meine, meine ich alle vier Elemente. Wer von euch kennt ihn noch? Warum sich nicht damit beschäftigen? Warum den Leuten nicht Respekt erweisen? Warum diese Leute nicht pushen, sondern andere aus fremden Ländern, tausende von Euros auszugeben, um sie herzubringen? Dabei haben wir solche Leute in Deutschland. Warum? Eigentlich müsstet ihr diese Leute viel mehr supporten. Denn ohne diese Leute gäbe es nämlich euch nicht. Dann gäbe es die Szene nicht. Die haben das weitergetragen. Deswegen finde ich es etwas lächerlich, dass... Was heißt lächerlich? Es ist nicht lächerlich, es ist traurig. Dass man 20-jährige ausländische Leute oder irgendwelche Leute aus dem Ausland bucht, die nicht mal halb so viel Wissen wie die Leute haben. Es ist doch absolut scheißegal, ob diese Person, die jetzt, keine Ahnung, 40 ist oder 45, auch noch topfit ist und noch irgendwie performen kann. Das hat doch gar nichts mit dem Wissen zu tun. Das Wichtige, wenn so eine Person als Judge kommt, ist es doch wichtig, dass diese Person nach dem Können und nach dem Wissen, was sie im Kopf hat, urteilt. Wie es richtig gemacht wird oder wer an dem Abend nach diesem Wissen der Beste war. Und nicht nach irgendwie Geschmack oder Sympathie. Oder keine Ahnung, der macht eine komische Fresse, jetzt lache ich den mal aus. Geht doch gar nicht darum. Warum nicht sich mit solchen Leuten austauschen, hinsetzen, Konferenzen machen, reden. Warum nicht? Warum nicht? Und das ist jetzt wieder so eine Sache. Warum setzt man sich nicht einfach irgendwie mal hin, ohne dass man gebucht wird? Klar müssen wir alle von was leben und viele leben davon, vom Tanzen, jetzt zum Beispiel, oder DJing oder irgendwas. Aber warum soll man das Wissen unter Geld verkaufen? Jetzt einfach so, ohne miteinander zu reden. Die Knowledge, ja. Geschichten darüber, woher man das hat und wie das heißt und woher es kommt und wie es gemacht wird. Kann man doch auch so in einer Konferenz oder einfach zusammenhocken, hier so wie in so einer Lounge hier in meiner Tanzschule in Esslingen. Dann kann man sich treffen und schön miteinander was trinken und sich austauschen, vielleicht so noch ein bisschen zeigen. Und so kommt man dann auf einen gemeinsamen Nenner und man versteht sich, man findet dann die gemeinsame Sache, denke ich mal. Denkt alle mal ein bisschen drüber, ne? Ich denke, es ist so oder so genug, oder schwer genug, um irgendwie das Ding auch am Leben zu halten, zu erhalten. Und zwar so, wie es eigentlich richtig gemacht werden sollte. Es wird immer Leute geben, die mit dem Finger auf andere zeigen. Na und? Die gehören einfach dazu zum Spiel. Aber wir dürfen diese Leute halt nicht für ernst nehmen. Die Liebe zum Tanz muss einfach größer sein. Warum beschwert ihr euch eigentlich über irgendwelche Judges? Wenn ihr schon im Voraus wisst, wer ein Judge ist, erkundigt euch doch mal. Wer ist es? Ihr schaut ihn an und seht, er kann sich bewegen, er movt, kann sich gut bewegen, dann denkt er ist gleichzeitig ein guter Judge. Keiner, der 19 oder 18 Jahre alt ist, oder 22, der gerade 3 oder 4 Jahre tanzt, wirklich so gut bewerten? Schwer, sage ich, schwer. Aber dann habt ihr immer noch die freie Wahl, mache ich mit oder mache ich nicht mit? Wenn ihr mitmacht, dann haltet danach den Mut, egal was passiert. Ihr könnt mit ihm diskutieren, eure Meinung sagen, aber nicht öffentlich rumkotzen, wie, hey, scheiße, und dies und das und dies. Ihr habt doch gewusst, wer in der Jury hockt, wer Juror ist. Also hilft das Motzen auch nicht. Dann müsst ihr dann einfach danach sagen, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, blablabla. Ihr könnt die Meinung sagen, klar, aber nicht rummotzen und rumheulen wie so ein kleines Kind. So, man hat euch den Thron genommen oder was weiß ich was, oder ein Spielzeug weggenommen. So fühlt sich das bei euch an. Und jetzt denkt jeder schlecht, weil ich verloren habe. Darauf geschissen. Das sind genug Leute, die sehen, wie gut ihr eigentlich tanzt und wie viel Spaß ihr habt. Und solange man die Leidenschaft und Liebe in eurem Gesicht sieht, die ihr spürt in eurem Herzen und euren Soul, wenn man das sieht, dann seid ihr die besten Tänzer. Egal wie weit ihr bei einem Battle kommt, dann seid ihr die besten Tänzer. Das ist meine Meinung. Und solchen Leuten schaue ich gerne zu, egal was für Skills sie machen. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020